Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Dead Kings. Ich muss da rüber, also eigentlich interessiert er mich ja gar nicht. Komm herher. Na komm. Na komm. Schade, dass man nicht mehr pfeifen kann wie im Black Flag. Ha, habetit. La liste de ton poirier. Okay, ich soll hier jetzt raus. Ähm, schön. Na kommt, schaut her. Hallo, hier bin ich. Komm rüber. Du willst es doch. Ich weiß, dass du es willst. Hier, komm. Na gut, dann komm ich halt rüber. Eins, zwei, oh der ist stark. Ja, mal schauen. Ja mal, wieso? Schande, sie sieht ein wer noch was. Komm her, du wirst, ich nicht. So, ich muss ein bisschen plündern. Hier ist auch mal der rechte Position. 5 dazu die Füße jetzt gut nah so gut ein hier könnte ich die zwei Hürden schlafen Komm her! Wer bist du wohl? Gibt's ja nicht. Gut, ab geht's übers Dach. Oh, ist vielleicht nicht die richtige Richtung, wenn ich da einschlage. Besser hier entlang. Da würde ich sagen... Ah, shit. Shit würde ich sagen. Dann doch da hinten hin. Ich laufe ganz gemütlich durch die Gegend. Ah, da hinten, das ist glaube ich die Notre Dame, oder? Ist das richtig? Ich glaube schon, oder? Ja, cool. Schaut euch mal die Textur von dem Häusern da hinten an. Ich krieg's kotzen. Oder da unten. Die Textur. Toll aus. Möglich. Jetzt hätte man sich extra viel Mühe geben. Na, die beiden. Ist noch kein Problem. Beide nur mit einem Stamm. Ganz locker. Ich geh dann hier wieder hoch. Na, ich hör's an. Hier, geh mal raus. Na, komm. Ein bisschen Tempo, bitte. Eine Laterne. Okay. Cool, die kann ich jetzt immer benutzen. Ist ja neus. was? Ach, der Typ interessiert mich noch einen Meter. Ach, der Typ interessiert mich noch einen Meter. Was mache ich jetzt erstes? Ich glaube. Ich hole mir jetzt. Na, der hier ist mehr. Ich glaube, da kommt gerade her. Ne, doch nicht. Ich glaube, da ist das nicht ernst. Ich hatte mich noch mal drauf. Ach, wie das Dach. Hier. 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 Die Mühle, die ist doch auch... Also, soviel ich weiß, der ist auf dem Cover von Dead Kings, ne? Ah, das ist wirklich nicht. Wir gehen nach Paris. Okay, das ist aber auch alles etwas ländlicher, habe ich so das Gefühl. Oder, ich denke, weiss ich so, ne? Als Unity selbst. Okay, jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Zum Ausguck. Will ich schmau, ne? Hm, da will er nicht. Da auch nicht. Da will er auch nicht. Na komm. Das schaffe ja selbst ich jetzt. Okay, das schaffe ich nicht. Ja, das heißt, zum Akon. Ha, das war ein ganz neues Spot zum Synchronisieren. Will ich mal wieder nündern, ne? Ah, ich hätte auch jumpen können, wie bei allen anderen auch. Geil. Ah, es ist trüb. Passt zum Setting, aber... Ich bin echt depressiv. Geht's nach oben. Komm, 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 komm. Zieh, zieh, zieh. Los, los, los. Hm. Hm. Was ist denn hier? Hier ist irgendwas. Ich will's wissen, was das ist. Ach so, dieses Teil. Dieses Rappenbinder. Wenn man endlich anfangen kann. Egal, ich bin's. Ich schnet's einfach immer alles ab. Oh, Verbrecher töten. Das machen wir auf jeden Fall. Übrigens, soviel kann ich schon mal sagen, die Performance in Unity hat sich jetzt mit dem Patch deutlich verbessert. Oh, hier kann ich mir eine Truhe holen und irgendwas, was ich nicht kenne. Na, ich gehe oben rum. Oh, da sind schon einige. Oh, da sind wir. Oh Oh, da ist ja geil. 1 ob das die schießen müssen Pussis Prozent und bleibt der nächste Schuss das ich will nicht in den dann haben sie gedacht die auch klar schon gut so Arschloch tausend ist ja gar nichts und dafür tötete ich so viele sie mussten unschuldig sterben ich meine die haben mich jetzt ist es angegriffen von daher würde ich sagen begeben wir uns mal zur nächsten mission und wir sehen uns dann auch in der nächsten folge